Also wir sind von SVN TV und ich würde gerne ein Interview mit Ihnen machen. Ja, dieses Jahr ist es zu mir wirklich fantastisch. Die Stimmung auf der Tribüne ist ja wirklich mega geil. Ja, Ihr Eindruck, weil Sie bestimmt hier öfter waren. Wie ist dieses Jahr verlaufen aus Ihrer Sicht? Ja, das ist so zu mir was mitgemacht hier irgendwie. Ich habe die ganzen Mannschaft hier. Perfekt. Okay, vielen Dank. Viel Spaß gemacht.